hallo meine lieben skatfreunde ich begrüße euch zu einem neuen stream nicht stream sondern video auf meinem kanal wir spielen jetzt das rocket 22 uhr 15 also das rocket um 19 uhr 15 habe ich auch gespielt auf dem tablet aber das war absolut katastrophal dieses rocket es hat gedauert 40 minuten für zwölf spiele wohl bemerkt und das lag nicht an mir ich hatte am ende noch über fünf minuten zeit auf meinem konto zu stehen es war einfach katastrophe es ging nicht voran also es war wirklich katastrophal entschuldigung und nicht nur die zeit war katastrophal auch meine karten ich habe gleich am anfang zwei spiele verloren und bin dann am ende mit lass mich kurz nachdenken mit 1 zu 2 aus der liste gegangen und ja das war die ich habe gestern ja schon eine liste gespielt da habe ich 0 zu 3 gespielt im rocket also es geht zurzeit bei mir im rocket gar nichts also wir können uns nach diesem nach diesem rocket können wir uns das noch mal anschauen ich trinke mal noch einen schluck hier ich war heute bei meinem bruder und habe mit meinem sohn bei meiner nicht ja wir haben zusammen gespielt das war echt schön ich habe die schon eine weile nicht mehr gesehen die wird im dezember wird die zwei jahre alt ist natürlich eine ganz süße und war heute netter tag so was mache ich denn hier eigentlich hat er noch mal sechs augen verschenkt tja und ich habe auch noch mal zehn augen verschenkt weil ich kann ja statt kreuz ass laden kann ich peak 10 laden und ja dann kriegen wir kreuz ass auf den kreuz stich auch noch wobei natürlich wirft er dann den kreuz weg wenn peak wenn wenn er ihm da nicht die 14 angeboten werden dann wirft er den weg und so hätte er dann hier kreuz 10 ausspielen müssen hätte sowieso machen können wo ich auch kreuz ass lade war ein bisschen komisch genauso wie diese finde komisch war ja fast nicht zu gewinnen das spiel das war schlecht das war jetzt schlecht dass ich trumpf gespielt habe wohl nicht so schlecht war es gar nicht es kommt ja der überstich so wie viel habe ich denn jetzt 22 26 habe ich 28 also entweder steht kreuz 2 2 oder peak 2 2 was hatte ich gesagt 26 dann habe ich jetzt 40 ja ich muss ja schneiden bleibt mir nichts anderes übrig naja ist sowieso egal verloren habe ich eh 18 ja passe passe so drücken wir mal so kreuz ich drücke ungerne die 10 und behalte den blanken könig das mache ich sehr ungern das war 1, 1, 1, 1. Passe. Passe. 18. Ich muss euch ehrlich sagen, diese Woche macht das Rocket überhaupt keinen Spaß. Ich kriege einfach nichts Vernünftiges zustande. Meine besten Listen waren jeweils, glaube ich, nur 4 zu 0 Spiele. Ja, das ist natürlich nichts Außergewöhnliches. Das Kreuznachspiel war ja jetzt auch total blöd. Das ist Astienkönig in Kreuz draußen und von hinten kommt Kreuz Dame. Das ist doch nichts. Genauso wenig, naja, wie ihm jetzt die Karo 10 hochzuspielen. Das war auch scheiße. Na gut, wenn er dafür jetzt die Peak 10, nee, die Peak 10 kriegt er auch nicht nach Hause. Es war, er hätte Peak spielen müssen. Naja, es wäre auch nichts passiert. Weil Karo 2, 2 bei uns steht. Ach, er hat ja keinen Trumpf mehr gehabt. Na natürlich. Warte mal, Peak gespielt. Ja, das Problem ist, ich habe nur einen Peak, glaube ich, gehabt. Nee, ich hatte noch einen zweiten Peak. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, ich bin auch schon ganz schön geschafft. Heute relativ früh aufgestanden. Lange, langen Tag gehabt. Viel mit meiner Nichte gespielt heute. Gibt es ja, gibt es ja nicht. Ja, wäre sonst schwarz geworden, muss man sich mal vorstellen, ne. Der hat nur zwei Buben und gewinnt aber den Grang schwarz, wenn ich den nicht einsteche, weil die Jungs 1-1 sind. Ja, pass. Das ist, das ist ein interessantes Spiel, ne, weil es ist ein Grang, den du schwarz gewinnen kannst, aber auch theoretisch Schneider verlieren, ne. Wenn, er hat nur zwei Farben und zwei Buben. Da geht das mal ganz schnell, ne, dass die Buben auf einer Hand sind und dann die anderen Farben einfach rauskommen und schon verlierst du das Spiel mit Pauken und Trompeten. 14. Ja, das war gut. 17. Ich sag doch, ich bin im Rocket sowas von verseucht. Ich kann hier nichts gewinnen beim Rocket. Ich brauche eigentlich gar nicht mitspielen. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich im Rocket mitspiele. Ich gebe jetzt noch, selbst wenn die Trümpfe 1-1 stehen, gebe ich noch zwei Kreuzstiche mit Ladung ab und so wie es aussieht, ach nee, doch nicht. Ich habe, ich habe gerade schon gedacht, dass, dass ich auch noch in Mittelhand komme und alle drei Stiche von Spieler 1 gemacht werden. 44 habe ich auf das Spiel gekriegt. Ja, 4 Trümpfe hat er natürlich auch wieder gegen gehabt, zusätzlich noch, dass er kreuzfrei war. Juhu, wieder Minus. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33. Passe. Passe. Herz. Hand. Es gibt auch kein Rocket, wo ich, wo ich jetzt weniger als zwei Spiele verloren habe, ne? Also 0 zu 3, das war meine letzten drei Rocket Listen. 1 zu 2 und jetzt, äh, wieder, ich weiß gar nicht, habe ich wieder 1 zu 2 oder sogar 0 zu 2. 1 zu 2, ja. Passe. 18. Passe. Passe. 5. 5. 9. 10. 9. Und 6 Trümpfer. Ja, Kreuzkönig hat er hier noch geschnitten, aber das war auch egal. Wir werden auch so Schneider geblieben. Ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Zwei Minuten noch bis zur Rangliste. Ich habe mich nicht vorher angemeldet. Achtzehn? Ja. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 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 30? Ja. 33? Ja. Passe. 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 25? Ja. Das dauert jetzt schon wieder so lange. damit kreuz junge den stechen gut zumindest weiß mein partner jetzt dass der spiel piek ihn wieder ein was war denn das für ein trick ok ohne vieren tja so hat sich seine gute liste auch ich wollte gar nicht mehr reizen naja ich denke mal auch ich habe das so im gefühl dass ich den auch verliere der kommt schon nicht mit karo nach karo abstich ja geil der kostet mich 250 ich wollte eigentlich gar kein sensor ist das geil 44 jawoll sehr schön hat wieder richtig spaß gemacht 1 zu 3 zu spielen ich zeige euch mal kurz meine letzten rocket ergebnisse hier 1 zu 3 minus 164 1 zu 2 minus 58 ach guck mal hier habe ich 4 zu 1 gespielt habe ich und hier 0 zu 3 minus 203 38 also ich habe jetzt von vier hintereinander gespielten rocket listen drei minus listen also das ist wirklich absolut geil da freut sich jeder bei diesem mitspiel also ich glaube ich breche das rocket ab für diese woche ja also viel spaß noch bei diesem video das video ist ja jetzt vorbei oder sagen wir viel spaß bei den nächsten videos ich hoffe das geht auch mal wieder weg dieses pech auch das ranglisten turnier gestern hier vier zu 349 also ich schaffe es nicht mal mehr hier das davor vier zu zwei das rocket ergebnis also von den letzten fünf rocket turnieren hintereinander mindestens immer zwei spiele verloren auch zweimal drei spiele ja ok da sage ich jetzt mal tschau und bis bald euer quantus